Okay, nächster Part. Dank meiner überraschenden Intelligenz habe ich wieder herausgefunden, was zu tun ist. Klar, ich glaube, Kalt und das ist unbedingt heiß. Was ist das denn so? Aua! Ich stehe doch nicht im Fisch rum, wenn ich hier einflüge. Wie komme ich denn hier durch? Warum komme ich hier nicht durch? Im Fisch? Nein, das ist einfach zu groß. Das ist die Todeser, die mich angreifen. Hinterturm sterbe ich die ganze Zeit. Ja, habe ich auch nicht freiwillig immer. Och Gottes Willen, was ist denn das für eine beschissene Steuerung hier? Wo nicht im Wahrsein? Springen wir da drauf. Hier drauf. Ich drücke zäh. Da, vorne, genau. Okay, dann? Okay. Jetzt schießt auf das Feuer, was hier vor mir ist. So, vor mir. Hier. Oh, das ist wirklich kassier. Ich weiß noch nicht. Ich hab' das geschafft. Oh meine, das ist ja nie reif. Naja, weil ich nicht zielen kann, wenn ich sie direkt vor mir schenke. ich bin ich bin ich bin ich bin die heiße noch mal nur seine Frau Tops Rosamantel Tops was sie offensichtlich das muss auch mal ganz will es so mit Leder das gras in der schule der schere ist das war die scherie gezaubert hast und bewegt die lieder was war es eigentlich ganz ehrlich weil ich keine lust habe jetzt will ich sie auf die schere zu hier kommt zu mir ja schneidt 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 weiter 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 alle alle schön zerschneiden ja gutes nötchen ich hab's gut gemacht ne ich brauch die hier mal in der bank ist glaube ich glaube nicht dass das sind diese dinge tranken licht die licht die licht nicht vertragen ach so kalitor sagt mir das noch mal siehst du rückverwandeln also wirst du mit dem wahrer zauber sein das ist ein sumpf bei dir in der seite der mich voll ich das ja war das auch mal ich will der okay ist hier ist hier irgendwas ähm hier geht es glaube ich lang na du bist schon weitergelaugt oder was du gesagt da geht es jetzt lang ja wie heißt die weiterer das ist strange wow du hast du ein bisschen Aufwertung von Brighton sei nicht anzugreifen der Tod ist eigentlich nicht an und du greifst mich an ich hab gar nichts gemacht ich hab dich nicht angetritten doch wachst du re überhaupt nicht was ist das denn für ein Zauberer das ist weiß ich nicht Musche das ist ein Musche ja fangst du jetzt in den Arsch los komm her hallo aua das die in der Musche zerstört oh das tut mir aber leid klar ey ich hab so cool Zauber mein Lieblingszauber das war nicht das war nicht ist aber hier kein so ich hab's damit aber das Endboss ne Beatrix ihr hat drei Herzen wie gesagt nur noch kein geschafft wenn du nur rumblödes anstatt zu arbeiten ja klar ich mein natürlich das war ich das war ich hallo ja ja du hast ja noch nichts geleistet das hat sich jetzt auch gesagt ja zuschauer wissen's ich will zurzeit looping ha 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 bleib ja weil die auch die Ferro kann die auch nicht leisten mit hat muss jetzt wieder ne bau ich weiß nicht was man hier machen muss ich hab mir auch mal die Herzabgezogenheit ich bin selber gestorben jetzt muss schweben gelassen und das hab ich abgefangen und auch sich zurückgeschleudert wie jetzt zum Beispiel ja genau ja jetzt was man mit dem letzten Gegenstand fuchsen das ist los und dann schieß nochmal auf sie yeah das war mein Treffer ja aufweise da kommt die wahrscheinlich ja mal mit wobei hanky kann man ja gar nicht sterben ne hattel sich vollständig wenn ich versuche hanky ne immer mal Lego spielen so weiß ich nicht nicht wir haben jetzt was ich weiß was ich weiß wie war es mal so was sie gehört haben ich habe es gehen auch was ich bin 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 das ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin es sind Mutter. Scheiße, Mann. Ron isst Popcorn. Was weißt du das eigentlich immer alles? Weil ich mir Gesichter merken kann. Dass das jetzt die Mutter war. Aber George und Fred konnte ich mir auch merken. Ja, weil ich geh und ein F auf dem Knobler stehe. Dann hättest du gesagt, ach, ist das Ron? Ja, ja. Die da ist noch mal Ron. Was ist das denn? Ja, gleich. Ach ja, 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 ja. Wieder der kleine Professor. Ach so. Oh. Müsst du nämlich irgendwelche Horcrux da finden oder sowas? Das ist ein anderes. Ne. Sechsten Halbbriefprinz, da war was mit Horcrux, oder? Oh. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, da wurde ich mir überhaupt erst erklärt, was ein Horcrux ist. Genau. Und da hat er, glaube ich, zwei Stück Schauer gefunden. Oder so. Bei allem. Glaub ich, oder? Was ist das denn für ein Zauberspruch jetzt gewesen? Den Galen und den Minions? Ich glaube nicht. Wie? Ich glaub's nicht. Ja, war alles, ja. Vielleicht war es dann DER Zauber hier. Nein. Letztes Jahr erst gelernt. Okay. Okay. Letzte Stunde gelernt. Oh, wir müssen so vier, fünf Spuren. Ja, oh. Ich muss noch mehr, damit man zerstören kann. Ja? Oh, eine Rolltreffer. Nehm ich. Oh, kann der wiegen? Reduktio. Hallo. Ich will dich Schauber wechseln. Ich will das nicht. Weil wir gerade ein Ding ins Freischalter haben, als Ausstieg. Deswegen wird das gerade nicht blockiert. Meine Fresse Kaito hält mich immer auf. Dafür gibt es Strafe. Usche. So. Dann haben wir letztlich einfach den Kaffter. Wir sind nicht steilig runtergeflogen. Warte, 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 warte. Da oben müssen wir landen. Da oben. Wasser. Und dann willst du was auffüllen. Du musst dann lernen. Du musst doch noch hoch zielen. Kann ich nicht. Wie oft denn noch? Mann, was ist damit denn so schwer? Siehst du mal wie ganz... Ja, du kannst aber ohne Probleme zielen. Ja, ich... Mann, du wolltest es doch mal lernen. Wie hast du überhaupt... Achso, du hast den Teil ja nicht durchgeschafft. Ach, kein Wunder, dass du den Teil nicht durchgeschafft hast. Ich hatte das Spiel nicht. Ich hatte 5 bis 7 nicht. Ja, aber hättest du es auch nicht durchgeschafft, weil das Wasser und Zauber nicht... anwenden... Anwenden... Jetzt wirst du was. Du kommst jetzt den Wasser-Zauber ja nicht anwenden. Ich habe 7 nicht hier spielen. Ja, aber wenn, hättest du es auch nie durchgeschafft, wenn diese Wasser-Zauber da was die Sachen da füllen müssen. Ja, das hätte ich ja auch in meinem Spiel. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Warte, 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 nicht rauslaufen. Hier ist irgendwas zum Zauber. Wie man kann schon rauslaufen? Na, gehe ich von aus, dass man das kann. Und du wirst es wahrscheinlich wieder tun und alles wieder versauen. Ich glaube nicht immer raus. Was ist das hier? Da kann man da mal rein springen. Was ist das hier? Ist das hier? Nichts im Z. Aha. Und ich war gegensteiner. Gännischen. Hier ist irgendwas versteckt. Lauf nicht wieder raus. Du warst. Ja, da war ein Rollen. Na, komm nicht mehr weg. Wo hast du das schon? Oh. Was hast du jetzt? Was wird das denn jetzt? Unterrichtstunde. Harry, ich bring dir jetzt was bei. Oh, die singen, oder? Weißt du? Ich habe den blauen eingesammelt. Wer eingesammelt ist du. Hannah, a bird. Hör mal dran. Nur ich. Oh, Rex. Was für Rex? Staub. Allergie? Allergie? Solltest du. Oh, du bist allergisch gegen. Harry Potter. Ne, du mein Harry Potter. Jahre 57. Das kann nicht sein. Und du hast eine Wasserallergie. Weil ich dich die ganze Zeit mit Wasser so voll gespritzt habe. Erster. Da müssen wir gar nicht lang. Du Idiot. Wir müssen hier lang. Scheiße. Aber ich war erster hier durch. Ja, nur ist das völlig nutzlos gewesen, wo du als erster richtig laufen bist. Also negiert das uns wieder. Und du bist wieder bei minus eins. Scheiße. Ah, 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 ah. Muss ich gar nicht, weil du überhaupt nicht laufen kannst gerade. MAM. Ich bin da hängen geblieben an der Tür. Du warst Erster, Mann. Ich wollte doch mal Erster durch die Tür. So wie du irgendwo hängen bleibst an den Türen. Wir müssen da nicht lang! Folge doch einfach mal den Geisterstutz. Jetzt hörst du auf Symporia und sagst, es wäre toll, wenn sie da sind. Aber wenn sie da sind, folgst du ihnen noch nicht einmal. Wie so ein Vollpfosten. Was darf denn im Alter? Einmal mit uns arbeiten! Einmal! Mehr für meine Rieder gar nicht. Du holst mich nicht mehr an. Was ist das? Lass mal einen geheimer Raum, dann kannst du mich nicht abschneiden. Wie, ich hole dich nicht mehr an. Ich hole dich nicht ein. Wenn ich hier durchgehe, dann müssen wir wieder bei mir. Lass den Scheiß. Ja, dann wärst du wieder bei mir. Warte, ich brauch ihn jetzt auch noch. Komm her! Warum brauchst du mich? Weil ich hier zwei brauche für diese Scheißleiter, um zu umstellen. Hier, mach. Ich mach mal das von alleine! Das geht doch. Weil der NPCs da von alleine macht. Ja? Ja. Aber nicht einmal zu zweit spielt. Wer deinst mit dem Wasser, Harry, so kannst du auch in jedem Fall wissen, was dich erlebt haben. Das ist nichts von einem Dumbledore, das ist ja der ist leere. Scheiße. Ja. Hat seine Erinnerung manipuliert. Wir müssen hier lang! Schreller! Mach schneller den Hebel hier. Ja, mach doch. Zieh den Hebel runter. Ja. Ja, geh doch. Hä? Diesmal hat er noch mitgehaar geholfen? Du hast gesagt, das willst du dir nicht. Er hat's ja auch nicht. Mir hat's nichts zu mir. Ja klar. Mir hat wohl gesagt, nur keine Lust. Würde ich jetzt auch sagen, ey. Aber die Leute hab's doch gesehen, was soll ich denn sagen? Ja, aber bei mir funktioniert's dann, ne? Ja. I'm curious. Cheater. Ich hab's einfach drauf. Ja, das war gut. Hast du gerade eingegeben, Harry, als ich kurz im Weg war. Klar. Neben. Ein Tor. Neben. Daneben. Daneben, ne? Was weiß ich, dass du nervst? Ja, das weiß ich. Nein! Du weißt schon, dass ich übermacht habe? Ich bin der Ältere. Also hab mal Rücksicht auf die. Auf das Alter. Was? Was? Ach, der Sack. Ich stehe ja nicht viel. Ich stehe der Jugend nicht im Weg, sag ich nur. Fadam! Ich bin erst, ne? Was für ein Weg ist das? Bin ich runtergesprungen? Da stand gerade aus. Wer stand im Weg? Du! Jo, klar. Da stand noch so ein Schüler da im Weg. Da stand da so ein Schüler im Weg, ne? Wo? 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 Kriegst mich niemals! Bin noch ganz woanders hin. Wo? Wo? Ich weiß es auch nicht. Erinnerung zu bekommen, die wir haben wollen. Ach ja. Ja. Wo sieht man es mal? Wie später die Harry Potter Teile werden. Diese wenige Arme, da hab ich schon gedacht. Der siebten Teil kriege ich gar kein mehr. Ich hab das Gefühl. Liebestrank. Funktioniert überhaupt nicht. Ich doch. Hast du gesehen, Ron? Er liebt Harry. Er liebt Harry. Weil er sich hier nicht mal den Liebestrank bekommen hat. Die Schokolade. Hier muss Wasser hängen. Oh Gott. Er hat auch einen Wasserzauber. Ich werd nie wieder zur Ruhe kommen, solange wir das Wasserzauber haben. Wieso? Weil ich mich ständig damit anspritze, dann wäre es auch ohne die Aufgaben zu erledigen. So, jetzt ist doch Wasser oder nicht? Ja, ist. Okay, du willst das ja machen, ne? Na, mach du. Ach so, ich dachte, du wolltest es mal. Tut beleidig. Ich muss eben wieder vorstehen, ne? Ja, ich gib doch da eben Geld. Mann, Ron, du stehst im Weg. Das hat sich gerne verschwindet. Hier mal was, was einsammeln kann. Wo muss das hin? Da. Zum Klavier. Ach so. Da muss aber noch was. Ach so. Ja, hab ich. Warte, das hier kann ich BEWEGEN. Wenn Kaito hier mal umzieht. Da. Gelb, gelb, gelb. Manni, Manni, Manni. Du hast schon hier 7000? Hm, weil ich hier gerade zwei Blow eingesammelt habe. WTF? Fuck, die bringen doch nur 2000. Da hättest du ja 3000 oder 1000, 2000, 2000. Oder 4000, 2000. Oder 4000, 2000. Das war. Nein, das war fast 8000. Drei, drei, zwei Objekte müssen wir noch finden. Hm. Hm. Was ist das hier? Hier will ich halt was. Komm mal hierher. Komm mal hierher. Ja, aber komm mal hierher. Ich brauche einen lilaen Zauberspruch. Du gehst an dies da, und das da, und das da, und ich in das andere. Aha, siehst du. Aha. Sag ich doch. Kannst du mal damit aufhören? Ich muss hier. Ja, klar. So, wir brauchen jetzt noch ein Ölkännchen, so wie es aussieht. Warte, hier krieg ich was. Hast du wahrscheinlich mit dir eine schmule Brille. Boah, ich hasse diese Brille. Und du auch? Ich finde auch hier auch gut. Gibt es Schlimmeres, so wie es wie diesen Wasserstrahl. Hier, da. Hier, da. Hier, zum Beispiel. Hier, zum Beispiel. So, während du hier wieder an den Eiern spielst, war ich wieder froh. Ich hab dich nie. Okay. Du hast einen Pokal dann ausgezogen. Und... Und... Frank trinkt Dinge. Auf, äh... Liebes gegen Frank. Aha. Mach ihn. Wenn er in alle verliebt ist. Guck das mal an, Kanto. Ach, okay. So, alles wieder normal. Hier, leckeres Weinchen für uns alle. Das war positiv. Oh. Ja, und der ist bewusstlos. Jetzt mal er rein. Gute Arbeit. Du hast den Trank gegeben, der ihn bewusstlos gemacht hat. Ich? Oder was? Ja, natürlich. Hast du gerade gesehen. Also, wir haben den falschen Trank zusammengebraut? Ja, also... Nein. Der Trank war richtig. Dann wolltest du feiern und hast es versaut. Ja, klar. Ich hab dich gerade in Feuerlein gefeiert. So, wir brauchen das hier. Hörst du jetzt mal auf? Also, mir macht das Spaß. Der Wasserzauber ist fast genauso, wie zum Beispiel im ersten 1 zu 4. Einfrieren-Zauber. Einfrieren-Zauber. Genau. Du hast immer Schlüppschnecken da gemacht. Ach, das ist ja, den hab ich ja auch noch. Komm her, ja. Wie? Der Schlüppschnecken? Das ist doch gar Schlüppschnecken. Nicht? Schade. Kann man das hier ausmachen? Was war das? Ich denke, wir müssen jetzt das hier irgendwie... Ich hab' auch Geld, wir müssen sagen, als das nicht ein. Oh, hier kann man graben! Man kann ihn. Ja, wenn man einen hat, da hätten der graben kann... Was ist mal da, als dann nur diese Katze, oder was? War sie nicht? Legestein. Das ist alles Legestein. Na ja! Wenn war IIii... Brakene-Malforce... Ach, nee... Ich hätte es nicht gehört. Ganz bestimmt auch nicht. Ja! Klar! Ja, ich meine mich das. Eigentlich maAKai? Ja? Na ja, kann ja wohl D fing irgendwie nicht voraus sein. Obwohl Lucy, also komm ich auch wieder raus. Z. Vater vergeben. Naja das Buch ist Halbwutbrenzen. Was soll ich jetzt mir verfolgen gegen? Also ja doch, aber ich dachte er weiß das Leben verfolgen. Okay, dann werden wir jetzt den Parten machen, dann werden wir jetzt den Parten weiter. Sicher, aber okay. Bis dahin.